Schlag mich bitte einmal in die Fresse bitte einmal einmal so voller Heep volle Kanne in die Fresse Du tötest mich nicht dafür ne? Nein voll in die Fresse komm volle Kanne rein du tötest mich ins Maul hauen willst oh oh danke das hat gut getan hey quip hello my friend der hat equip den holen wir das ist ein Noobie der hat doch der hat ne Axt nein der hat aber equip hey stand still or I shoot you stand still or I shoot you stand still bleib stehen alter bleib stehen oder schießt dich ab bleib stehen warte ich gehe auf der Straße lang bleib stehen hat hat gesagt ich kann ja okay alles klar okay er hat mich beleidigt diese hohen sohn ich habe zu ihm gesagt er soll stehen bleiben also du kannst bei einem blasen ja ich hab's gehört da hinten rennt da warte gleich gehen wir aus der Schusslinie bitte egal der ist zu weit weg lass ihn kommen so vorne an der Fire Station ist einer da bist du grad hier hinter dir okay wo hast du den gesehen ähm Fire Station der ist grad durch das Tor komm mal mit also hier hinten genau ich seh dich ich bin hier guck siehst du okay also hier hinten ist er nicht ja ich seh dich ähm sollen wir reingucken gehst du rein ja jo warte ich setze mich da oben an so einen Busch und dann schaue ich rein ja seh dich ähm warte fuck ich hab Schüsse da ist ein Schuss da ist ein Schuss da ist ein Schuss da ist ein Schuss ich hab ein Schuss abbekommen wo der hat ganz knapp neben mir eingeschlagen keine Ahnung au fuck hast du es gehört nein Mosins Schuss lol alles klar aber von wo weiß ich nicht Tech Gebäude oder so keine Ahnung von wo als ich da vorne war guck da warte da rennt ein Zombie ja den verfolgen wir jetzt der ist in das Haus reingereist der ist in das nein der ist wieder noch oh Schuss ich bin tot ich bin tot lol von wo fuck wo ist dieses Arschloch man was soll das hier ist er oh Gott Alter das ist so richtig bitter ich werd hier einfach verboten wegen einem scheiß Zombie wenn wir einmal hier mal kurz irgendwo rumgammeln den äh Ciaro das ist unfähig ach das ist hier lol ach hier ist man wenn man diesen einen geilen Spawn hat wo man direkt vorlieb rübt ist geil ja ich weiß wo ich bin ich bin im Norden voll geil ich geb mir jetzt den Kopfschlund keinen Bock mehr ich verweck hier eh ich hab keine Option es ist schlimm aber ich hab keine andere Wahl oh er legt ein Bananchen Spieler 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 AORA ME WELLES fuck alter dieser Schreck moment fickt die Henne alter oh mein Gott ist das krank gewesen alter kommt der einfach rein hey man please don't shoot I'm friendly man I'm friendly please don't 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 what the fuck's wrong BAM ich kann doch sagen bis du tot bist please don't give me 10 9 yes but I have nothing to open it are you German are you German 6 ok komm hoch in die erste Tage ich kann dir was geben ok warte das sind Zombies ich mach dich kurz fertig ok 3 jetzt fühlt er sich toll 2 fuck alter was geht hier so ab mit den Zombies eh fuck alter da kommen immer mehr hast du mal geschossen dann kommt natürlich immer mehr da sind wir sicher ja alter das ist heftig boah ist das krank wie viele hier kommen ey das ist ja nicht normal ja lass hoch gehen in den ersten Stock ich sag doch immer nicht schießen das sind zu viele ja das hab ich noch nie gesehen geht alles bei dir? ja ja ich blute warte ich verbinde mich kurz jr hallo das hat Rx who da ist noch einer irgendwo ja eine habe ich da unten ist jemand ey ha 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 du bist so, du bist so ein Sauhund hey Was hat er gemacht? So eine dreckige Missgeburt Du bist so ein kleiner Dreckspisser, Alter Das ist so, ich werde dich so Oh mein Gott, ey